Hallo und herzlich willkommen zum fünften Part vom Landwirtschaftssimulator oder Farbingsimulator. So, letztes Mal haben wir noch unseren Dreckel hier auf den Boden gelegt, einmal umgekippt, nachdem ich ja dreimal noch drum herum gekommen bin. So, und das sollte heute nicht passieren. Na, ach der ist, der ist gar nicht richtig drauf. Dann gucken wir mal, ob man den noch richtig draufregt. Genau so wie ich es gemacht habe, solltet ihr es nicht tun. So, unser Anhänger ist nämlich schon wieder ziemlich voll. Ich habe sogar schon die Gürte festgemacht. Den holen wir doch gerade mal einen anderen Dreckel. Und da haben wir ja letztes Mal unbedingt gebraucht, um unseren Traktor wieder aufzurichten. So, ich hoffe mal, dass in dieser Folge auch ein paar Felder fertig werden. Wir haben ja bloß zwei. Hallo? Achso. Ich fange halt mal mit rangieren an. Mal, dass ich jetzt vorbeikomme. Ich habe bald ein paar dicke Dinger geladen hier, ne? So, wie viel kriegt man? 14.000 bloß. Ist nicht so viel. Ich glaube der andere ist für den Traktor ein bisschen zu schwer. So. Wir fahren diesmal hier hin. Und dann können wir auf die andere Seite aufladen. So. 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 Ich muss auch immer gucken, dass es richtig stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendeinen Trick gibt. Hallo, ich bin da geliecht. Dass man da sofort den Schnitt sieht, wo der angebracht wird. Das ist eine Frage, wie ich den Schein So, Baumstamm Nummer 1. Das steht aber auch ein bisschen über. Aber Moment, das ist der Lange. Nehme halt den. Ist ja egal, muss ja sowieso alles drauf. Also ich hoffe, dass die Felder heute fertig werden. So, dass wir die ernten können. Wir können eigentlich auch mal fremde Felder ernten. Was ist denn da los? Warum? Hä, warum ist das eine Ende jetzt so viel schwerer? Ah. Ah. Da haben wir nicht richtig gearbeitet. Die Zange zumachen. Also meistens ist die, glaube ich, gar nicht richtig zu. Die ist so viel schwerer auf der Seite, obwohl das andere Ende größer ist. Oh, da habe ich ja den halben Baum noch dran gelassen. Das funktioniert so nicht. Fall raus. Geh weg. Hallo. Was macht denn der Baum? Ich mag den nicht. Ich wirklich. Ich bin vier. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Am Anfang habe ich immer aufgeladen, rein mit Tastatur. Wenn ich jetzt daran denke, denke ich mir, pfff, warst du blöd. Ich glaube, jetzt habe ich ihn drauf. Ja. Ändlich. Ja. Hallo. Mal den Anhänger los. so er hat uns ziemlich viel mit wir sollten vielleicht mal einfach Felder bestellen bearbeiten hier im Singleplayer geht es ja im Multiplayer geht es nicht ja im Multiplayer kannst du keine mpc Felder bestellen nur deine Sachen und Sachen machen da habt ihr gesehen wie ich den Schuh im Bogen reingeworfen es könnte mal regnen mein Trigger sieht ein bisschen dreckig aus k 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 die ich später von ihm sagen. Na, auf. Na, aber nicht soo... Trrrr. Machst du dir immer mehr Arbeit, wie du eigentlich haben sollst? Na, aber das haben professionell gelöst. Jetzt nehmen wir den hier, glaub ich, gleich zu. Da stimmt jetzt ne Tankstelle. So. Die Zange sieht immer so aus, als wäre sie noch offen. Die ist auch offen. Aber... Wenn ich die Taste bewege, dann ist sie zu. Keine Ahnung. Mal drauf geworfen, gell? Zack, zack. Ja, was sollst du dich da auch so lang aufhalten, mit dem doofen Aufladen? Wenn's viel schneller geht. So. Und weiter geht's. Nein! Das war wieder ganz schön knapp. Aber diesmal lag's nicht nur am Frontlader, sondern einfach auch an dem Gewicht, was der Stamm hat. so. Und der letzte. Eigentlich soll ich auch mal probieren, ob ich vielleicht den Traktor da auf dem Hänger geht. Gibt ja extra einen Tiefladen. Gibt ja extra einen Tiefladen. Leute, das ist, äh, nicht geplant. Das ist einfach die Gefahrung im Frontlader, dass man da schnell mal über Paste und dann umkippt. Aber das ging jetzt recht flott. Wo ich da drüben noch die Baumsäge. Und die Dänge bringen wir das Zeug Fett. Ja, das, der Anhänger ist eigentlich viel zu schwer für den Drecke. Es wird jetzt nicht mehr so viel geben. Vielleicht 5.000, 6.000. Das letzte Mal war er deutlich voller. Hm, eine Acht hat sogar gegeben. Na, also. So, wir mal auf dem Weg nach Hause. Und wir blinken mal aus, was hin? Es war zu schnell. Was ist denn das hier? Ich würde gern wissen, was das ist. Da unten kann man irgendwas machen. Da kann man reinfahren. Aber für was ist das hier? Ah. Ach so, das ist vielleicht der Dorfspeicher. Was sind wir denn? Ähm. Biomasse. Ne, die Mühle ist das. Äh, die Mühle. Gut, äh, wir kriegen glaube ich Nacht, ja. Wir haben kurz was hier, ne? Das ist ja wunderbar. Halt, Jampfen. Halt. Ist doof. Ich hab grad, äh, Lautsprecher umgeschalten. Sollte sich halt bloß auf eine Sache konzentrieren. So, wir sind erstmal fertig mit der Forstwirtschaft, würde ich sagen. Ähm, da hab ich mich jetzt lange genug aufgehalten. Wir werden uns jetzt in den nächsten Folgen um Felder bemühen. vielleicht auch, äh, schaffen, dass wir das ein oder andere uns kaufen können. Das müssen wir mal gucken. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ja, ich spiel mit Lenkrad, äh, nicht mit Lenkrad. Sondern, boah, guck mal die Scheibe an, wie dreckig die oben ist. Das ziehste kaum noch raus. Ja, ich spiel mit Tastatur, ganz normal. Und Maus. Nach dem... Was hab ich denn da gespielt gehabt? Jetzt hab ich irgendein Spiel gespielt, wo man Lenkrad gebraucht hätte. Ah, Euro Truck Simulator. Nach dem Euro Truck Simulator hab ich kein Rennspiel mehr eigentlich gespielt. oder, oder, oder kein Fahrspiel. Außer jetzt dieses hier. So, Landwirtschaft, äh, äh, Forstwirtschaft erstmal beendet. Deshalb stellen wir den Anhänger hier in die... in den Unterstand. Und... ab geht die Post. Wir müssen noch den anderen Drecker holen. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuletzt gemacht hab. Ich glaub ich hab gesät. Und ich warte auf die Ernte. Nein, nicht so. Wenn man da drin sitzt, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Vor allem wenn der Frontlader einem voll in der... Sicht hängt. So... Aber wir sind auch heute mal ein bisschen früher durch. Es hat ja gesagt, so 20 bis 30 Minuten mach ich eine Folge. Da wir jetzt heute die Forstwirtschaft abgeschlossen haben, denke ich starten wir nächstes Mal direkt mit der Landwirtschaft. Nicht mehr Forstwirtschaft, sondern titelgemäß Landwirtschaft. Ich weiß noch gar nicht. Ich muss mal gucken nach den Feldern. Was wir da machen können. Ich denk, ihr wisst ja, dass wir einfach so... Was haben wir... Nach dem Dings wollte ich noch gucken. Nach Mähbergen. Wenn ich gleich mal machen, wenn ich das Zeug hier abgekoppelt habe. Der fährt irgendwie voll langsam, hab ich das Gefühl. Ja. 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 Das Ganze... Ja. Ach. Das Ganze. Das Ganze ist ja... ... So, ich hoffe mal, dass es regnet. Dann wird nämlich alles gewaschen. So. Dann gucken wir jetzt mal kurz mal mit P kommen wir in den Shop nach Mähwerken. Und ich hätte gern die zwei. Weil die kannst du hintereinander koppeln. Und dann kannst du theoretisch vorne dran machen. Und dann kannst du hinten noch gleich einen Zetter dran machen. Hier zum Beispiel. Ne Quatsch, was ist denn das? Ein Striegel. Ähm, Zetter. Ja. Da müssen wir aber auch einiges bezahlen. 13 Meter. Wie viel hat das Mähwerk? 8,5. Ja, ist ja... Was hat das? 6. Ist ja eigentlich egal. 9. Er kostet aber gleich mal 7,8 Tausend mehr, die Kombination. Ähm, und ein Schwader. Der hat 14,5 Meter. Er hat 9 Meter. Tja, ich glaube wir nehmen alles von Lili, 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 whatever. Ever. 62. Ist ja krass. 62.000. Also müssen wir nächste Folge auf jeden Fall mal ein bisschen Gas geben. Mit unseren, ähm, anderen, mit den Feldern. Vielleicht gucken wir mal ein Grad. Ähm, Wachstum. Wie zwei wachsen. Also hier kann man dann in der nächsten Folge einfach mal loslegen. Vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Oder von euch. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.